Naja, was heißt kein Holz mehr? Kein Holz mehr auf der Leiste da unten. Also, Stack leer. Egal. Ihr wisst ja, was ich meine. So, dann fülle ich da mal wieder raus. Alter, echt krass auf welche Entfernung der Hund auf Fleisch reagiert. Voll der fleischsüchtige Hund. Hilfe, mein Hund ist fleischsüchtig. Was soll ich mit ihm machen? Gib ihm was zu essen. So, jetzt braucht man noch ein Dach. Auch für den Hund, der soll ja auch nicht im Regen stehen. Also, nicht mal symbolisch. Das mache ich dann noch zu Glas, aber vorerst ziehe ich da mal hier eine Wand mit Holz rein. Und wir hätten nicht alle Schafe töten sollen, die da waren. Wir hätten warten sollen, bis wir uns eine Schere machen können. Oder bräuchte ich jetzt eigentlich noch ein Bett allein für dieses Haus? Äh, ich hatte doch... Ah ja, die will ich. So, dann mache ich mir mal noch ein Stack. Müsste eigentlich reichen. So. Autsch. So. Autsch. 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 Aber da kommt ja auch niemand durch, also... Autsch. 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 Und ich denke auch darüber nach, ein Let's Play zu Star Wars The Old Republic zu machen. Da wäre dann nur die Frage, als was? Als einer von den Sith oder einer von den Jedi? Also, was ich mir auf jeden Fall gedacht habe... Moment, hier setzen wir mal eine Fackel hin, damit hier dann keine Monster spawnen, sobald ich den ganzen Zaun weg habe. Moment, ich gehe hier mal kurz außen rum, um den ganzen Zaun mitzunehmen. Ach, Mist. Jetzt schnell, bevor hier was spart. Und auch schnell mal eine... Ah, Moment, das machen wir hier mit, ein Crafting Table. eine Tür. Oh. So. Boah, Alter, es wird schon wieder dunkel. Ja, dann kümmere ich mich halt morgen wieder um meinen Hund. zu oft verwöhnen wird den ja auch... Also, dann wird der ja auch so ein verwöhntes Vieh. Also... Sorry, aber... Es gibt echt Leute, die behandeln ihren Hund, als ob das... Ja, als ob das ihr Bruder wäre oder so. Ja, so ein schöneres Dach müsst ihr halt noch drauf hier. Auf diesen hässlichen Klotz. Ja. 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 Ja, so... Ja. Du musst das einfach irgendwie kurz weg... Damit ich da den Block setzen konnte. So, dann ziehen wir hier jetzt noch durchgängig aus dem Boden Holz ein. Alter! Andauernd habe ich so Mist Frames. So, dann ziehen wir das. So, dann beende ich hier mal die Aufnahme mit sehr wenig Frames. So, dann beende ich mal die Aufnahme im schönen Game Menu. Tschüss!